Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead Season 2. Wir beginnen mal im Titelbildschirm, weil ich momentan keinen Plan habe, wie es jetzt weitergehen soll. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir die falsche Entscheidung getroffen haben am Ende von Episode 7. Und ich frage mich auch, ob wir Rebecca hätten retten können. Also ob die jetzt noch hätte leben können oder... Ja, ähm... Ich würde sagen, wir starten einfach mal Episode 5. Also es war ein ziemlich gemeiner Cliffhanger am Ende und ich bin echt gespannt, was jetzt kommt. Ich brauche nur ein Minute. Ich sollte dich aus Ihrer Misery, richtig dann. Wenn ich jetzt auf Kenny, er sieht, er einfach... Er sieht, dass er broken ist. Und broken Menschen sind schrecklich. Hier. Danke. Die Walking Dead. Die Walking Dead. Das Baby. Das müssen wir retten. Oh, hoffentlich trifft uns jetzt keiner. Und hoffentlich trifft keiner. Das Baby. Wir müssen das Baby retten. Komm, 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 komm. Das Baby retten, du Arschloch. Na, ich rette das Baby. Alter, so weit kommt's noch. Dass wir das Baby liegen lassen. Wir müssen uns da etwas machen. Wir müssen das nicht machen. Wir müssen das. Und es geht es unter Kontrollen. Das ist so, wie du das? Nein. Nein. Niemand muss das inskommen. Wir können einfach nur hier sitzen. Das ist deine Schuld. Du bist der Sonnig, und ich mache dir das Geld aus! Englisch, motherfucker! Ich will jeder von euch! Nein! Haha! I'm gonna be fine. I think I'm gonna be fine. You get out here, or I put a bullet in this kid's hand! Shut up! I said shut up! Kenny, it's not his fault! That don't matter! I'm ending this! Get out here! Right fucking now! This is what you want to do! Do you believe that? Do you believe that? Do you believe that? Get out here! Stop! Let me go! I have to see if everything is okay! Stop squirtin' damnit! Ah, we have to hold on. No! 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 No, please! No, no! No, no! Jane! No! No! Jane! Oh, komm, beende es doch. Danke. Jesus Christ, that was, uh, that was intense. I thought, nah, I thought that was it. Yeah, it was for these assholes. Thanks for coming back. I didn't know this man. I never killed someone that didn't wrong me in some way. That didn't deserve it. Tried to pretend he was a walker. But, it's different. I didn't think it would be. But it is. You saved us. Yeah. That's why I did it, but it felt wrong. Genau genommen hat ihn ja Kenny umgebracht. Na, komm Jay, du bleibst es bei uns. Come on. Okay. Blood and iron. How did this happen? She turned. Just like that. Clem spotted it first. Did what she had to to protect the child. This isn't your fault, okay? She just... She just lost too much blood. But... It ain't nobody's fault. You saved the boy's life. You know, we could have done better by her. She was just... Too far gone. She's with Alvin now. Yeah. Yeah, she is. Don't worry, Becca. We'll take care of your boy. You rest easy. You piece of shit. You piece of shit. Hey, hey. Stop. Guys, get off me. It's over, man. He ain't a threat to us. How can you say that? Of course he is. Get out of the way. Whoa. What are you doing? I'm doing the same thing this asshole tried to do to us. It doesn't have to go down like that. He wasn't the one shooting at us. That guy's dead. Just because he don't have a gun doesn't mean he wouldn't have. Well, he didn't. So leave him alone. There is house. Food. Please. Please, I can take you. Bullshit. No, no. It's true. We have place. Not far. Food. See? He wants to help. Oh, don't be stupid. He's just trying to save his skin. Why the hell would you help us, huh? I... I now want to see more people dead. Then close your eyes and I'll make it quick. Jenny. Back off. If he's telling the truth, it could save all of us. Egal, ob wir ihm vertrauen können oder nicht, aber... We need the food. None of this will matter, if we all starve to death. She's right, Kenny. We're running low on supplies as it is. It's worth the risk to check this place out. Trust him, don't trust him. It doesn't matter. We should go anyway. We just need to be careful. It can't be far from here. You stay out of this. You're the reason these fuckers came after us in the first place. Don't try and pin this on me. Lay off, Kenny. She just helped us. Look, don't start, all right? I'm sure you're real excited to have your girlfriend back. I was there with her. It's my fault, too. Think about the baby, Kenny. If there are supplies, we need them. We ain't gonna last much longer without more food. We gotta take a chance. Unless someone's got a better plan. We got something to tie this shit bird up. Yeah, I got something. Follow me, I thank you. Just give me a reason. Yeah, man. He gets it. Ich find von diesen Arno den Dialekt so klasse. So. Ja, ich hoffe mal, wir finden das, was wir suchen in diesem Haus. Weil Luke ist ja auch angeschossen worden. Der müsste eigentlich auch irgendwie versorgt werden. Ja, ich weiß, dass du sicher bist über mich verlassen. Als ich hörte die Schmerzen, ich... Ich wusste, dass es ein Fehler war. Wenn es hilft, das was ich normalerweise machen würde, ist weg weg. Aber ich habe es nicht. Despite das, was meine Instincts erzählen mir. Despite... ... alles, was ich gesehen habe. Alles, was ich durchgebracht habe. Ich bin nicht... ...piss. Ich bin glücklich, dass du zurück bist. Ich wollte nicht, dass du in den ersten Platz bist. Danke. Das... Das ist gut. Weil du wahrscheinlich 90% der Grund, dass ich zurückgekommen. Und es würde wahrscheinlich werden, wenn du mich verletzt hast. Ich würde es nicht, wenn du mich verletzt hast. Nein. Das würde ich nicht. Ich werde versuchen, das zu funktionieren. All ich kann tun ist, ich versuche dir, ich werde nicht wieder abhauen. Was, zu ehrlich gesagt, ich habe noch nie gemacht. Auch wenn ich wahrscheinlich schon hätte. Ein paar Mal jetzt. Du hast nicht die Schmerzen an ihn den ganzen Tag. Du vergessen, was wir einfach durchgebracht haben? Er ist nicht weggekommen, kann er? Nein, du musst, dass du dein Arm all sore. Ich bin Angst über Kenny. Er ist... Er ist in einem dunklen Ort. Wir müssen ihn aufhören. Alles, was er durchgebracht hat. Er ist verletzt. Er ändert ihn. Er wird okay. Ich habe ihn schon lange kennengelernt. Also, es beginnt zu spüren. Er ist auf ihn. Jeder hat einen Punkt. Du bist derjenige, den er glaubt. Den er wirklich glaubt. Das bedeutet, dass du derjenige, der ihn wiederholfen muss. Er ist auf dich. Wenn wir das wirklich funktionieren können, dann wir alle auf dich. Ich werde mein Bestes machen. Ich weiß. Komm her, Slowpokes! Ach, der arme Kenny. Tut mir schon leid. Ich kann seine Reaktion auch irgendwo verstehen, aber... Er muss auch mal an die Gruppe denken, dass das... Die Gruppe vielleicht in Gefahr bringen könnte. Man weiß es nicht. ... 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 Ich weiß nicht, dass ich mich nicht. Ich bin der Mann. Oh, das ist nicht wahr. Du bist in deinem Geschenk von Pissin-Matches, auch. Ich habe das auch gehört. Ich weiß nicht, warum muss es so sein sein müssen. Es ist einfach so. Geh zwei in einem Raum, und es ist nur ein Zeitpunkt, bevor sie sich beantworten, oder etwas zu tun. Ja. Ich glaube, ich bin in genug Spittin-Kontest, um mit dir zu agree zu sein. Ich glaube, es braucht eine Frau, um ein bisschen zu tun zu tun. Es ist wie Jane es sich verabschiedet hat. Geh die Druck auf, okay? Ich werde ein paar Vandeges holen. Hey, Bonnie. Ja? Ich bin sorry. Für was? Ich werde gleich zurück. Ich glaube allerdings auch, dass der Arno nicht freiwillig bei diesen Leuten war. Aber wenn man sich mal Arno anguckt, und die Leute... Wie kommen wir hier? Was bedeutet das? Ich bin in der Schnee, lege auf einen Baum, ein Böden in meine Lange. Ich bin alive. Wenn so viele meiner Freunde sind, sind, für keine gute Grunde. Und ich kann nichts tun, um es zu verhören. Alle, die wir mit uns zusammenarbeiten, sind einfach weg. Nick, Pete, Alvin und Becker, Carlos, Sarah, Du kannst dich nicht schuldigen. Es war nicht deine Schuld. Nein, nicht komplett. Ich könnte mehr haben. Und das ist nicht für eine Debatte. Ich weiß es in meinen Häusern. Und ich muss es leben. Okay, das muss funktionieren. Das ist perfekt. Was habe ich? Hm? Uh, nichts mehr. Du weißt, ich schläge, meistens. Ich versuche, wie weit das Ort ist. Luke fühlt sich schlecht an dem, was passiert. Was? Wirklich? Aber es ist nicht deine Schuld. Schade Dinge passieren und wir können es immer nicht kontrollieren. Sie ist verraten. Du gehst nicht auf dich schuldigen. Okay, können wir es verraten? Ich bin gut. Danke viel. Das habe ich doch nur gemacht. Hey, Clem. Um, go over and see if you can change the bandages on Kenny's wound. I offered, but I don't think he was comfortable with me doing it. But you know him better than I do. Maybe he'll let you do it. Okay. That a girl. That's gonna sting. But only for a second. It's gonna clean it. Oh, I know what it does. It's gonna suck. It's gotta get done. Go on. I was thinking we'd go with Alvin Jr. What do you think? Rebecca mentioned she'd like to name him Alvin if it was a boy. I mean, Rebecca was so out of it she hadn't settled on her name. Huh, yeah. I like it. Alvin Jr. it is. You like that? Well, I think AJ approves. What do you, uh, got there? Cause I think I'm alright. I mentioned it earlier. To Bonnie. I'm changing your bandage. Sounds like I don't have much choice in the matter. You don't. You shouldn't have to do stuff like this. You shouldn't have to do a lot of things. Alright. Let's get it over with. Hopefully it don't scare this little guy. Or you. Warte, müssen wir das auch noch machen? Na, vielen Dank. Ach, Spiel, du bist doof. Ähm, übrigens, ich hab das grad mit Luke gemacht, also, ich sag jetzt mal verpfiffen, weil ich ganz genau wusste, dass Bonnie, äh, ihm da gut zureden wird. Deshalb, ich denke, es war besser, wenn ihm zwei Leute das sagen, dass er nicht an allem schuld ist. Ich glaub mal, ganz davon abgesehen, dass Luke nicht wirklich an irgendwas schuld ist, ne? Oh, naja. Jetzt wird's toll. Ähm, nach oben? So, how's it look? Äh, das wird jetzt böse, böse wehtun. Ich wollte jetzt nicht grad sagen, es wird höllisch wehtun. Hehehe. Okay. Dann mal auf, auf. Holy fucking hell. You need to stop swarming. Yeah. Yeah, okay. You're right. Sorry about the language, Junior. You're gonna be tougher than me when you're grown. I'm gonna expect you to be more of a gentleman than I am. But man, is that smart. He'll be tough. Just like his dad. Oh, Alvin didn't look it. But yeah, that guy had a pair on him. I should have gave myself up. Alvin didn't have to die like that. I'm gonna think about that. Every time I look at Alvin, Junior, here. Alvin should be here. Raising this boy. It should be him. Carver's the one who did it, not you. Yeah, I suppose. But I can't help but feel guilty. Ich glaube, also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Alvin Junior oder AJ, AJ finde ich eigentlich ganz cool, dass er Kenny wieder so auf den richtigen Weg führen wird. Also, dass Kenny wieder an irgendwas glaubt. Also, ich hoffe es wirklich. Weil momentan, dadurch, dass Kenny alles verloren hat, glaube ich, er glaubt so an gar nichts mehr. Und ich hoffe, ja, dass ihn das wieder auf den richtigen Weg bringt. All done. Thank you, sweetie. Yep. Are we ready to go? Let's head out. Let's head out. Let's head out. Let's head out. Let's свидate. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Let's go. We'll be right back.